Willkommen zu meinem neuen Video! Ah, das sind die Typen von der Dingens. Von der Mine dort links. Wirklich, ja. Das heißt, wir müssen von links aufpassen. Wollen wir sprayen? Die sind oben drauf. Ich sehe sie, ne? 100. 2 Leute. Ja. Ist sie sicher? Ja, die sind hinter dem Felsen. An der links, an der rechts. Links läuft ein Naked hin oder so. Oder ein Hesmet. Und im Tal. Button hin. Make it down. Der rote auch down. Einer noch. Rechts. Da, wo der eine gestorben ist. Auf dem Felsen daneben. Ja. Pushen. Push, 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 push. Sehen. Good shot. Er ist los. Kommst du raus? Hallo. Hallo, Mister. Geht der noch? Ja. Wo ist er? Er hat gewaalt hinter dem Felsen. Ja, jetzt. Ich sehe ihn. Ich kriege jetzt. Ab ihn. Geht zu dem anderen nach hinten. Er ist voll mit Explore. Aber du bist so Turtle. Du bist mit dem anderen oder jumpst du rum? Jumping rum. Oh, jetzt sehe ich hier Raketen. Mit dem anderen nach hinten. Ich bin mit dem anderen nach hinten. An der Base, glaube ich. Geht rechts ab, ne? Mehrere Hits Einer dead Nice Pulled it Werner fiegt mich immer? Ja, hat auf mich geschossen Wo ist er? Vielleicht rein Mehrere Hits? Ne, biegt raus halt Er ist auf deiner Seite, links irgendwo Oh, drin ist auch noch jemand Er ist jetzt gerade dran Nein, nein, nein Oder die haben Meere Eingänge reingeload 96 von hinten Ich bin zurück Er liegt, er liegt, er liegt, er liegt Er ist full dead Da war noch einer, auf jeden Fall in der Tür Ja, oder er ist umgefallen Er ist umgefallen Hä? Wo werde ich die? Naked L96 auf dem Felsen Nein Er baut einen drin, er baut Und Oh, tot ist bei mir Ab ihn Ab ihn, ab ihn, ab ihn Einer steppt hoch, glaube ich Er steppt hoch, glaube ich Alles gut? Ja Treib auf Distanz Es sind drei Tote hier Bist du close? Ich bin an der Wall Ja, ein bisschen closer, ja Er auf Greg Also einer ist drinnen, dem die Base gehört Den habe ich aber gekillt Den habe ich aber gekillt Hast du alles ohne Kontrolle draus genommen? Ne Die Waffe ist halt so okay Was? Steps Wo? Ist doch... Ist drinnen Können... Ist... Können... Ist oben Ist oben irgendwo Müsste vielleicht da unten sein, wenn du ihn gegettet hast Wenn du ihn gegettet, ja Ja, ist er da unten Ja, wir müssen eigentlich die Base übernehmen, oder nicht? Die Typen sind nämlich alle voll Loot Ne, die haben ja keinen T-Seal auch wie drinnen Wo hast du denn die anderen gefunden, die Boys? Ich sehe hier nur einen Da ist der andere Ich komme schon wieder mit Full Gear jetzt Hast du den gelootet hier? Ne, ich bin... Ah, doch Ich krieg noch bitte was mit Alter, wie viele M2s Alter, wie viele M2s Ich sehe sie nicht Wird schon... komm Einer ist bisschen weiter links und einer pusht jetzt runter Wird langsam launch putzen Ja, wo ist denn der runtergepusht? Am Fuße des Berges, wo der S drauf stand Am Fuße des Berges, wo der S drauf stand Und einer ist ganz weit... Zwei sind jetzt ganz ganz links In den Felsen Also ich bin voll das uns verpissen Also ich bin voll das uns verpissen Halt dich auf full life und dann renne nach hinten Richtung Harbour weg Warte, warte Hello? Hello? Bist du da? Are you German? Komm, 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 komm Are you German? Oh, das ist bitter Ich kann jetzt nichts mehr platzieren Auf rechts in den Felsen, genau 41 HP Ah, halt dich erstmal Ich hab nichts mehr zum Halen Muss Bandagieren Ja So voll, ne? Ich hab drei im Toos Echt? Ja So Ich hab drei im Toos Echt? Voll life? Nein Jetzt, komm Dann close, links in die Wall Easy Ja Und jetzt? Wir haben keinen Heli mehr Ja, egal Ich würde halt gerne nochmal schnell hin Ja, aber erstmal Hast du Lowgrade dabei? Ja, 500 Geil Schwimmen? Ja, müssen wir Aber noch weiter laufen erst Vielleicht finden wir ein Boot Wer war das überhaupt, der dort real ist? Ich hab die Namen schonmal gelesen Aber ich wissen ja, wer das war Wir wissen halt, dass wir hier in der Falle sitzen Ja Ja gut, wer das in der Wiese ist halt dumm Junge, ein so'n Headshot macht halt sau viel Schaden Da ist ein Boden Ich hab ein paar Brandraketen dort wieder hingeworfen Ich hab dafür lieber Eine kaputte LR mitgenommen Und Scrap